ja liebe leute ihr seht richtig ein herzliches willkommen zurück zur let's play assassin squid origins lange lange war diese pause und ja das war die mission aus keine lust und keine zeit deswegen dachte ich mir okay jetzt habe ich noch ein bisschen lust wir sollen heute mit hottefress am baunhof in fedelfia sprechen und zwar schadjahrsruhe jetzt muss ich gerade gucken wo wir hin müssen überhaupt also gerade nebenbei das sind 200.000 meter und macht da unten ist irgendwo was damit aber ich kann gar nicht schnell reisen weil ich den punkt nicht habe warum auch immer so mache ich so was nicht so erst mal die mit dahin weil dann plötzlich mitnehmen und dann reisen wir mal kurz nach kuchen kuchen die loppel ist schadjahrsruhe ja wieder lange hat es gedauert dass wir endlich wieder dabei sind eine projekte abgeschlossen einige neue projekte gestartet aber dieses projekt bleibt erst mal schadjahrsruhe ja 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 es ist das war jetzt eigentlich nicht gar eigentlich war das jetzt nicht geplant ich wollte jetzt eigentlich mal woanders hin leben christian wir sind noch nicht so weit also machen wir doch erst mal was anderes wir haben nämlich noch ja wir haben noch ein paar nehmen wir haben noch nehmen wir haben noch eine nebenquest hier die geheimnisse der ersten pyramiden eigentlich was wir doch als erstes machen wir die hängt ein bisschen nach dann machen wir das noch als erstes so muss man gerade gucken wo ich hin muss und in der hoch müssen wir haben wir irgendwann schon reisepunkt in der nähe haben wir irgendwas in der nähe wo wir hin können ohne dass wir haben wir viel lager sogar der habe ich denn nicht schon gehabt der fremde 28 weder eigentlich haben wir den nicht schon hatte ich schon eigentlich gehabt bin ich nicht oder war es der weder der weder war das glaube ich der weder war das doch oder war das der fremde soll ich auch dass ich das jetzt gerade in der folge nachgucken muss wenn der exo der leuchtturm eigentlich ich glaube ich habe dann schon gehabt aber gott okay ich habe runter da komme ich wahrscheinlich nicht mit einem zug runter ein bisschen darüber das ist so 3 4 ja wir müssen mal gucken was wir machen müssen wahrscheinlich als nächstes die nächste also die wir haben glaube ich was die ziele betrifft haben wir glaube ich alle jetzt erledigt zumindest das was wir so ein bisschen auf der karte haben genau ihr seht gerade hier was war alles mittlerweile wenn wir alles mittlerweile haben die hexe weg das ist weg krokodil hier der witter das hier fährt der reihe der ibis und der geier ich weiß aber noch nicht wie gesagt wenn der nächste sein wird ich denke mal das erfahren wir dann wenn wir die quest haben wo wir uns mit heute fressen wieder dafür treffen müssen aber das ist erst mal ach ach er darf nicht so der ist tot aber wie soll die typen hier töten ok jetzt sollte er ist tot aber mit einem zug es kann kein gegner das ist ein feind das ist ein freund entschuldigung die questliste sie dachten ich käme hier draußen nicht zurecht aber wir haben es ihnen gezeigt ich haben wir was tust du hier draußen machst du witzene wir suchen nach der verlorenen kammer des großen snorfu dem begründer des goldenen zeitalters des alten königreichs und wie stellen wir das an haben sie dir gar nichts gesagt bevor sie dich losgeschickt haben nö doch sicher meine nachforschungen zufolge versteckte snowfruit drei Artefakte eins im Medum seiner ersten und eingestürzten Pyramide und dann eins in der Knick Pyramide die Baupläne er nach dem Einsturz Medums sicher anpasste und noch eins in seinem letzten Meisterstück und Grabmal der Nord Pyramide ich habe eines der Artefakte aber diese Banditen haben ja ein weiteres gestohlen du musst es zurückholen wo war das? sie campieren in den Klippen westlich von Memphis folge einfach dem Fluss dann findest du sie außerdem musst du einen Weg in die Nord Pyramide finden um das letzte Artefakt zu holen ich glaube es gibt oben eine Öffnung aber es ist viel Kletterei in meinen jungen jahren hätte ich es geschafft aber ich sehe mir das an wie viele Banditen waren es? alle glaube ich ok so Artefaktor zu groß verstärkt die Witze von Memphis und Artefaktor zum Grab von Snowfrüh das heißt wir werden mal schauen warte mal zu müssen wir gerade gucken wohin müssen überhaupt das ist wahrscheinlich das hier aber ich guck mal gerade ob ich da hoch komme ja angeblich soll er oben eine Öffnung geben ich muss mal gerade gucken wo die Öffnung sein könnte soll er hier drin sein oder? oder können wir da unten irgendwo durch? da 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 dann machen wir das als erstes weil das hier direkt als nächstes ist dann machen wir dies mal als erstes da ist noch irgendwo ein anderer Punkt naja brauche ich jetzt nicht äh komm ich wollte ja jetzt die Weltkarte reingehen um die Dings mal anzugucken gut so dann machen wir das doch mal so wir brennen mal hier kurz mal alles nieder und gehen mal hier durch so da das war schon sehr offensichtlich ja du kannst auch wieder runter gehen dankeschön halt ich habe zwar keine Spinnphobie aber das ist schon ekelhaft teilweise so muss ich jetzt da entweder hoch oder runter oben scheint nicht durch aber ich muss glaube ich runter oder? ja würde ich sagen Alter da komme ich doch mit garantierter Sicherheit nicht durch oder? ja doch so guck mal ob hier noch irgendwo sich versteckt oh hier ist noch irgendwas warte mal hier war mit was auch immer das ist keine ahnung ähm das schließt man da mal an das ist ja könnte ja theoretisch sein dass wir da noch irgendwas brauchen warte mal da müssen wir hoch und da kommen wir her ne? ne warte mal da kommen wir nicht her aber ich bin der Sassine also ich kann da nicht hochklettern? ich meine ähm ähm okay das ist was anderes so hier ist noch irgendwas was ich mir was ah ich verstehe warte mal ich verstehe verstehe warte mal warte 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 ja lassen wir das mal ja ja jawohl scheiße okay warte mal wir machen jetzt etwas anders wir brauchen tatsächlich doch nochmal etwas Gewicht dann legen wir das da mit drauf und hoffen dass wir ein bisschen Glück haben dass wir jetzt da hoch kommen scheiße aber es passt trotzdem gerade so aber es geht aber hier ist mal herzlich wenig drin okay warte mal ich muss mich jetzt noch ein bisschen orientieren hier hinter ist noch irgendwas das 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 ist ja das unten oder drunter das sind drei Pfeile also muss ja noch was unten aber ich glaube ich muss auch den dritten links suchen ne? oder finde ich den äh habe ich den irgendwie hier warte mal warte mal jetzt ziehen wir mal kurz diese komische Schale hier an aber wo also hier scheint jetzt gerade nichts zu geben na gut dann gehen wir hier wieder zurück ich habe keine ahnung was sie sein soll sollte komme ich da hoch ja warte mal wo ist denn da muss ich hier runter? komme ich hier runter? Fragezeichen das ist irgendwas wasserart Frage so jetzt muss ich gerade mich nochmal umgucken okay ja das ist was anderes ich dachte mir wäre eine höhlenöffnung ich dachte mir wäre eine höhlenöffnung ja ist überhaupt nichts okay ich bin ein bisschen gut da komme ich wahrscheinlich nicht hoch oder also müssen wir tatsächlich da hinten irgendwo einen ausgang finden oder was oder müssen wir da oben hoch ist wieder hoch hätte man aber gerade ganz kurz umgucken scheinbar also doch unter da muss es doch doch hierunter irgendwo oder habe ich einfach nur das trade irgendwo zu versehen ich habe etwas übersehen okay das gefühlt mehr so ich habe ich hebe dinge rätsel okay hatte man ich muss ja da irgendwie hoch und man kann ich da irgendwas ja gut okay das war klar war der planer hinter so kann über den mal dahin dass wir raten ich habe natürlich das eine ding jetzt da gab es auch mit dir warte mal was anderes machen so das hoch und jetzt muss ich gucken dass ich den daraus kriege oder was ich hoffe dass ich da jetzt ohne weiteres hoch kann oder muss ich da jetzt okay das ist nicht der plan gewesen das heißt wir müssen noch mal weitere dinge holen haben wir hier noch irgendwo eine also das ist das wo wir herkamen ok ich kenne mich doch am walsch genug hoch warte mal wo muss ich jetzt so lang wo muss ich jetzt so lang so kriegen wir das jetzt hin oder bin ich immer noch sind die dinge immer noch zu leicht gut und weiter geht es in der nächsten folge bei let's play assassin's creed origin wir machen heute weiter mit dieser pyramide geschichte und ich glaube wir sind schon richtig innerhalb von drei jahren haben wir mehr als die hälfte dieses großen bauwerks vollendet die mannschaft der handwerker alles klar das ist jetzt gerade unwichtig aber ich glaube wir sind hier richtig einfache schwert minis vor der pyramide questgegen der artefakt muss irgendeinen wert haben wenn es bei diesen schätzen aufbewahrt wurde schriftzeichen aus dem alten königreich so für die artikel tafel ein fähigkeitspunkt ort beendet und wir plündern noch kurz ich werde das tatsächlich doch noch dran hängen hier das ist nämlich so zu kurz als folge gut ok haben wir noch irgendwas was ich jetzt wissen muss habe ich jetzt noch irgendwas was ich jetzt unbedingt mitnehmen muss was ich immerhin wissen muss ja da und werden wir noch teil aber es ist jetzt nicht so jetzt mal gucken dass wir hier daraus kommen und zweifel beschwimmen so jetzt müssen wir nach memphis reisen ach perfekt so haben wir das da aber wo steht unser kollege ja jungs wo alles klar das ist die nummer ja gut gut also wie gesagt ich will es doch sich jetzt eigentlich eine folge machen deswegen sehen wir uns in der nächsten folge wieder bei let's play ist das ist wieder mit groß versteckt dass der Vielen Dank.